Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein DM-Hall für dich. Also ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir fangen einfach mal an mit dem größten Teil, glaube ich, was ich bei Douglas Goh, ach Quatsch, DM gekauft habe. Und zwar ist das hier ein Sack Hundefutter. Das wollte ich einfach mal austesten. Das ist von Iams. Und ja, For Vitality, das finde ich ganz gut. Und Sammy läuft ja auch schon durch die Gegend und findet es total großartig, dass ich ihm Hundefutter gekauft habe, merkst du das? Ja, auf jeden Fall ist das für Healthy Tees, also für gesunde Zähne, was ich super wichtig finde. Denn Sammy wird dieses Jahr sechs Jahre alt und je älter Hunde werden, desto schwieriger wird es mit den Zähnen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass das Ganze durchaus Sinn macht. Und ja, das ist halt gesund und so. Und das ist mit Lamm und das fand ich interessant. Und das ist für ausgewachsene Hunde und Sammy ist definitiv ausgewachsen. Ja, deswegen habe ich diesen Sack mitgenommen. Den kannst du online bestellen. Wusste ich auch nicht, fand ich interessant. Dann habe ich ein bisschen was Aufregendes mitgenommen für mich von Balea. Und zwar ist es einmal eine Dusch- und Massageseife. Das ist diese hier. Die ist vegan und die soll tatsächlich mit einem Lufa-Schwamm hinten dran sein. Das fand ich speziell. Also das werden wir auch mal austesten. Ich weiß nicht, wir gehen jetzt nicht zusammen duschen, Leute. Aber das kann ich gerne mal irgendwie in der First Impression oder so zeigen. Das ist wirklich so ein Stück Seife. Und hier hinten dran, das soll ein Lufa-Schwamm sein. Riecht wirklich angenehm nach irgendwas mega Leckerem. Also diese Magnolie, das riechst du auf jeden Fall raus. Das mag ich gerne. Mit hier zarter Kirschblöten und Magnolienduft. Fand ich klasse. Das kannst du nichts zu sagen. Wird auf jeden Fall mal ausgetestet. Und dann als Alternative halt zum Dusch-Gel. Fand ich echt, ne? Massage und Peeling. Und hast du nicht gesehen? Und dann diese Noppen da vorne drauf. Allweil fein. Und dann habe ich auch von Balea mitgenommen eine feste Spülung. Lovely Rose mit Rosenduft. Ohne Silikone und für jedes Haar. Ich habe jetzt ja auch schon das ein oder andere feste Shampoo verwendet. Und habe mir gedacht, es ist Zeit. Ich kann auch mal eine feste Spülung holen. Und mal gucken, ob das funktioniert. Vor allem mit meinen langen Haaren. Huch, hier krümmelt ein bisschen was raus. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht alles vollseife. Denn so schaut sie aus. Und hier riecht schon richtig geil nach Rose. Boah. Mh. Mega angenehm. Aber nach cremiger. Rose. Oh. Das riecht richtig, richtig gut. Und ja. Das Huch. Das werde ich. Huch, hoch, hoch. Das werde ich dann demnächst auch mal unter der Dusche verwenden. Und euch davon in meinem Aufgebraucht-Video berichten. Dann hatten wir letztens bei uns in einer Firma, dass ein Baby geboren wurde. Und ich habe das Baby-Paket mit untergepackt. Und ja. Wir hatten aber keine Babykarte mehr zu Hause. Und das hat mich gewurmt. Und dann habe ich am selben Tag diese DM-Bestellung aufgegeben. Nun. Dann sind natürlich auch zwei Babykarten bei mir mit in den Einkaufskorb gewandert. Einmal für Jungs und einmal für Mädchen. Und die finde ich ganz hübsch. Das ist ganz süß. Das ist auch jetzt nicht zu kitschig, würde ich sagen. Das ist so halb schlicht, halb süß. Und das mag ich einfach richtig gerne. Und deswegen durften die beide einfach mal mit. Man weiß ja nie, was sich so in der nächsten Zeit auch bei uns im Freundeskreis oder so ergibt. Ähm, ja. Dann habe ich beim letzten Waschtag bemerkt, dass mir halt einige Waschprodukte ausgegangen sind. Ich kaufe die nur noch relativ selten nach. Aber ja. Weil ich halt hauptsächlich meinen Waschball verwende, wo ich dann einfach ätherisches Öl reintröpfle, dann brauche ich gar keinen Waschmittelzusatz. Aber jetzt gerade so in der Zeit von Corona und so, bin ich da ein bisschen vorsichtiger und verwende dann doch lieber wieder mehr Waschmittel. Man weiß einfach nie, ne. Also da bin ich halt echt Zwiespalt. Das ist sehr merkwürdig. Was auf jeden Fall mit musste, war ein Hygienespüler. Ähm, ja. Das ist der Denkmit-Hygienespüler. Wäschedesinfektion beseitigt 99,9% der Bakterienpilze und speziellen Viren. Das finde ich immer ganz gut. Und es gibt einfach ein gutes Gefühl. Und wenn man, oder wenn wir halt sowas verwenden, ich finde, dann riecht unsere Wäsche auch weniger nach irgendwie Krams, muffig oder so. Dann habe ich hier noch mitgenommen ein Feuerwaschmittel von Denkmit. Das war im Ausverkauf. Deswegen habe ich das mitgenommen mit Apfelblüte und Aloe. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich das mochte oder nicht. Hat sich aber gut angehört. Deswegen habe ich es wieder mitgenommen. Es riecht aber super angenehm. Also wirklich nach frisch gewaschener Wäsche halt, ne. Ja. Das dürfte auf jeden Fall mit. Stärker konzentriert, weniger dosieren, gleiche waschen. Also, Semmi, du mit deinem Wägelkram musst da echt aufpassen. Gleich räumst du hier alles ab. Ich meine ja nur. Und dann habe ich noch einen Weichspüler mitgenommen. Das ist von Denkmit der Weichspüler Blütenfantasie. Den fand ich einfach ansprechend. Genau. Ja. So viel zu waschen und so. Auch für Semmi durfte was mit. Ich habe ja letztens auch gesagt, dass mir einfach Dosendeckel fehlen. Und mich das auch persönlich nervt, wenn ich da Alufolie drüber machen muss über die Dosen, wenn ich die aufhabe. Und dann habe ich einfach von hier, ne. Dein Bestes, zwei Dosendeckel mitgenommen. Ich hoffe, dass die passen. Aber ich glaube schon. Das sind ja universelle Größen. Wir haben halt immer eine Dose, die wir dann für, ja, zwei bis drei Tage dann halt verwenden. Die mischen wir dann abends ins Trockenfutter mit rein. Das ist halt so ein bisschen auch dieses Mundgefühl ein bisschen schöner wird für den kleinen Mr. Wow. Und, ja. Deswegen durfte das mit. Und dann habe ich was gesehen. Das fand ich super witzig. Wir kennen ja alle Tangle Teaser, ne. Und das verwende ich zum Beispiel auch für meine Haare, weil ich das einfach super angenehm finde. Und es gibt das tatsächlich jetzt auch für Hunde. Pet Teaser with Tangle Teaser Technology. Die Shedding Dog Grooming Brush for Heavy Shedding and Long Haired Dogs. Und mein Hund ist wirklich ein sehr haariger Hund, der sehr, 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 sehr intensiv seine Haare verliert. Also der verteilt sein Fell hier gefühlt ständig bei uns im Haus. Ja, und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht mal mitnehmen für Sammy, ne. Ich meine, wir haben Bürsten, die wir für Sammy verwenden, aber das sind halt meistens welche, die dann so, ja, halt härteren Noppen haben, beziehungsweise auch Metall oder so. Und das hier sind halt wirklich so Plastik-Noppen. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist auch so schön geformt. Ja. Das ist mir jetzt so Bock drauf. Und dann kann man da wahrscheinlich so mit seiner Hand reingehen und das machen. Ich weiß nicht. Einmal von oben bis nach unten durchgegangen und schon ein paar Haare dran, ne. Läuft bei uns. Krass. Das macht mich fertig. Ja, wird auf jeden Fall jetzt verwendet und ich werde jetzt erst mal was zu Abend essen. Ich habe die tatsächlich gerade nochmal draußen mit Sammy getestet und ich bin einmal komplett über ihn drüber gegangen und die Bürste war halt auch wirklich komplett voll. Das Positive an dieser Bürste ist, dass die tatsächlich auch wohl angenehmer für ihn ist, als diese Metallzinkenbürste, die ich sonst so verwende. Aber sie ist nicht bei weit nicht so effektiv. Das heißt, man muss da doch etwas öfter drüber, etwas intensiver drüber und dann auch manchmal so in kreisenden Bewegungen dann wieder glatt streichen, um dann überhaupt dieses ganze Unterfell und so weiter rauszukriegen. Da muss man halt wirklich schauen, ne. Inwiefern man das dann für seinen Hund gebrauchen kann. Also ich denke, bei Sammy werden wir das schon verwenden. Also er würde es auch gerne mögen als jetzt die andere, die ich so habe. Ich kann euch aber auch die andere mal unten in der Infobox verlinken, die ich normalerweise verwende. Was ich so ein bisschen schwierig finde, also ich kann da schlecht greifen, ne. Ich weiß nicht, muss man das, also so kannst du es nicht greifen. Das ist ziemlich dämlich. Irgendwie fehlt mir der Griff da dran. Das ist das Problem. Hier so mit der Hand reinzugehen, macht relativ wenig Sinn, weil sich das hier auch extrem verjüngt. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig zu greifen. Natürlich kannst du es so einfach festhalten und dann machen, ne. Aber ich finde es einfach praktischer bei dem Metallding zum Beispiel, dass du einfach ja, oben halt einen Griff hast, ne. Naja, der löst sich halt mit der Zeit, aber trotzdem. Egal, ich werde beides auf jeden Fall verwenden. So, da mache ich noch ein bisschen weiter. Ich habe mir einen Tee geholt, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe, echt so einen Blähbauch gehabt. Ich habe richtig Bauchschmerzen gehabt und habe mir gedacht, dass es cool wäre, wenn man einfach irgendwas hätte, was dazu führen könnte, dass man den nicht mehr hat. Und da habe ich mir einfach einen Fencheltee mit Apfeltraubensaft geholt. Das ist dieser hier von DM Bio. So, fand ich ganz interessant. Ich habe jetzt gerade in diesem Moment keinen Blähbauch. Deswegen macht das keinen Sinn. Das ist ab dem sechsten Monat. Ja, also eigentlich ist es eher für Kinder, aber ganz ehrlich, ne. Auch Erwachsene können sowas trinken. Ich habe sowieso überlegt, mir mal so Fencheltee allgemein zu holen. Wir müssten eigentlich welchen haben. Warum trinke ich den nie? Wahrscheinlich, weil der nicht so geil schmeckt, ne. Naja. Dann habe ich noch was geholt für unser Badezimmer. Das fand ich interessant, weil das war neu von Profissimo. Das ist ein Badschwamm und man soll mit dieser Seite immens gut reinigen können und mit der Seite dann streifenfrei das Ganze auch hinbekommen und muss irgendwie nicht nachtrocknen oder so. Fand ich ganz interessant, ne. Also ich denke, das ist für die Duschkabine, nicht Duschkabine, für unsere Duschwand auch eine ganz gute Geschichte. Weil das ist halt eine Glaswand, das ist so eine Walk-In-Dusche, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach damit deutlich mehr Spaß macht. Das heißt, morgen, wenn ich das Badezimmer sauber mache, werde ich das einfach verwenden und diese Banderole wird dann im Aufgebraucht-Video landen. Da werde ich euch davon berichten können. Dann habe ich bemerkt, dass viele Bildschirme, die hier so sind, also so viele Bildschirme haben wir nicht. Wir haben einen Fernseher und zwar nur im Wohnzimmer. Wir haben keinen Fernseher im Schlafzimmer, weil ich das irgendwie unnötig finde. Genau gegenüber von unserem Bett quasi befindet sich einfach so ein großes Doppelfenster. Da wäre zum einen kein Platz für den Fernseher und zum anderen brauche ich das im Schlafzimmer auch nicht. Wir gucken meistens sonst einfach Handy-Videos oder sowas, also YouTube einfach im Bett gucken oder so. Genau. Und sonst haben wir halt Laptop, Computer und sowas alles rumstehen. Und ja, die Bildschirme stauben halt mit der Zeit zu, Leute. Und da habe ich bei Denkmit etwas gesehen. Und zwar Bildschirmreinigungstücher feucht mit Antistatikformel. Schonende Reinigung, streifenfrei ohne Nachwischen. Das fand ich ganz gut und das wollte ich mal ausprobieren, wie das so ist. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind. 18 Tücher in 36 kleine Tücher teilbar. Sehr schön. Also für 36 Anwendungen 1a. Kann man nicht so sagen. Und ja, das wollte ich dann halt einfach verwenden. Bei meinem letzten oder vorletzten DM-Holler hatte ich schon gesagt, dass ich diese Feuchttücher holen wollte. Und ja, jetzt habe ich sie. Das sind die mit Wassermelonen. Das ist eine limitierte Edition. Fragt mich nicht. Unsere Feuchttücher sind alle verschwunden. Ich glaube, mein Freund hat sie irgendwo verbummelt, als er irgendwie seinen Aufräumgedöns hatte. Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Packung Feuchttücher in seiner Werkstatt gesehen. Das heißt, wir brauchen Nachschub. Denn bei uns in der Vorratskammer waren keine mehr. Ich brauche hier für meinen Tisch immer mal wieder eine Packung. Und die ist dann auf jeden Fall hier. Und da habe ich mir auch noch eine zweite von geholt. Einfach als Backup. Die kann man immer mal wieder gut gebrauchen. So. Dann habe ich mir noch geholt von Ebelin diese 200 Kosmetiktücher. Recycling zweilagig. Ich finde die nicht nur besser, die recycelten, sondern ich glaube, sie sind sogar günstiger. Vor allem jetzt in dieser Größe. Du kannst dir da, glaube ich, kein Design aussuchen, wenn du das online bestellst. Ich habe zwei Packungen bestellt. Eine steht jetzt schon bei uns auf dem Wohnzimmertisch. Wir haben eben Abendbrot gegessen und ich musste meinen Lippenstift ein bisschen dezentuieren. Nennt man das so? Dezenter machen. Genau. Und das ist dann jetzt halt einfach die Backup-Box dafür. Hier bei mir in diesem Zimmer habe ich keine Kosmetiktücher. Hier habe ich einfach ein Handtuch, wo ich mir Kram abwische. Aber ja, das steht halt bei uns dann einfach auf dem Esstisch und so. Finde ich ganz praktisch. Deswegen kommen die auch immer wieder nach. Und dann, es ist jetzt einfach so die Zeit für offene Schuhe tragen. Also nicht offen, sondern so Sneaker, so halboffene, die halt jetzt nicht irgendwie komplett oben den Fuß verschließen, sodass man halt keine normalen Socken anziehen kann. Meine ganzen Sneakersöckchen, die ich so habe, sind entweder Uppe oder es ist nur noch einer davon da, von dem Paar. Und dann habe ich mir einfach jetzt vier Paar neue geholt. Einfach mal so, um zu gucken, welche davon mir am besten gefallen, was ich dann vielleicht auch nachkaufen möchte. Da habe ich, ich glaube, die sind alle von Faszino. Ich habe die Größe 41, ne? Ich habe jetzt 39, 42 geholt. Also 39 bis 42. Einmal Sneakers kurzer Schaft. Das sind diese hier. Die sind so in einem Beige. Genau. Ja. Die sind dann halt oben auch ein bisschen höher als zum Beispiel diese hier. Das sind klassische Füßlinge. Und da fand ich ja die Optik so süß, ne? Ach Mensch. Mit Blumis. Und das ist halt so ein Netzstoff. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht können dann die Füße besser atmen. Ob da jetzt Blumis drauf sind oder nicht, ist ja eigentlich vorzuprobig egal. Aber ich fand es halt ganz gut und ansprechend. Und dann habe ich die auch einfach in den Warenkorb gelegt. Dann habe ich mir auch noch so ganz klassische Blaue geholt. Weil ich mir gedacht habe, kommt, ne? Ja, passt schon. Die kannst du ja auch vielleicht einfach mal sehen. Habe ich so gedacht. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Sneakers mit kurzem Schaft. Und dann habe ich mir noch Graue geholt. Die sind sehr, sehr dünn. Das sind Sneakers kurzer Schaft. Aber halt, wie gesagt, sehr, 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 sehr dünne. Genau. Und da habe ich mir einfach jetzt für den Sommer ein bisschen Vorrat geholt. So. Und das war jetzt tatsächlich auch schon mein kleiner, aber feiner DM-Haul. Es war jetzt nicht allzu viel. Es war jetzt einfach nur eine Online-Bestellung, die ich getätigt habe. Weil ich das ein oder andere brauchte. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so mache. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.